Ja, jetzt ist es soweit. Ich begrüsse euch ganz herzlich zu diesem Zoom-Call mit Birgit Fischer heute Abend. Es freut uns sehr, dass wir nach etwa drei Vierteljahren wieder so einen Anlass mit Birgit durchführen können, live hier aus dem Studio und live von Birgit in St. Pölten. Es sind schon über 2000 Leute da und was haben wir gezählt? Aus sieben verschiedenen Ländern, das ist einfach der Wahnsinn. Birgit hat heute ein Thema gewählt, das wirklich zur Zeitqualität passt. Es geht um Generationenkonflikt oder Lösung und auch um ein scheinbar bekanntes Problem. Es ist ein sehr spannendes Thema, es passt einfach zu dieser Zeit. Wir sind gespannt, was sie uns dazu zu sagen hat und wir sind auch gespannt auf eine Ankündigung gegen Ende des Calls dann. Ja, jetzt begrüsse ich dich, liebe Birgit. Herzlich willkommen. Schön bist du da. Ja, vielen Dank, Bruno. Ich bin auch ziemlich begeistert, weil ihr seid ja wirklich überall. Von Griechenland über, keine Ahnung, Italien und bla. Ich bin immer wieder überrascht, wenn jemand aus der Nähe da ist. Also von meiner Nähe hier aus Niederösterreich. Das mag ich ihr sie nicht gern. Ja, ein herzliches Hallo und schön, dass ihr da dabei seid, obwohl es draußen überall über 30 Grad hat. Ich bin hier übrigens heute nicht alleine. Neben mir ist ein 14-jähriges Hündchen, wenn der ein bisschen schnauft oder keucht, bitte vergebt ihm. Aber das ist auch, in Hundejahren ist er glaube ich schon um die 90 Jahre, also auch eine andere Generation. Ich möchte euch heute ein bisschen etwas mitgeben, das meinem Empfinden nach sehr wichtig ist. Und zwar warum? Man spürt, dass jetzt Ende 2024 und 2025 eine Energie der Medialität Platz nimmt. Und das hat meinem Empfinden nach sogar einen Ursprung. Man spürt diese energetische Felder. Und wenn man die Generationen, die immer so ungefähr 15 Jahre lang dauern, ansieht, dann sind die Generationen energetische Felder. Und jetzt wird die Generation Beta geboren. Das heißt Ende 2024 und 2025. Und das spürt man schon. Und diese Generation wird die absolute Umsetzergeneration der Medialität sein. Die haben Hochsensitivität schon quasi in die Zellen gelegt bekommen. Und wir spüren das nicht nur, dass die kommen, sondern wir spüren das auch in uns, dass sich etwas enorm verändert. Und das ist so wichtig auch zu verstehen, dass Generation bedeutet für mich, wenn man das energetisch auch ansieht, das bedeutet nicht, ja, da sind innerhalb von 15 Jahren eben diese Menschen geboren und diese Menschen sind einfach so. Darum geht es gar nicht. Ich werde zwar darauf eingehen, welche Generation wofür steht und ich werde auch darauf eingehen, was ihnen zugeschrieben wird. Allerdings zeigt sich, dass jede Generation eine Energetik hat wie eine Blase, die dann aufbricht und sich erlöst aus einem Thema und dann aufbaut für das Nächste. Also dass es sich heraushebt aus gewissen Themen. Das ist ganz wichtig auch zu verstehen. Denn wir haben immer wieder auch das Thema mit jüngeren Generationen, älteren Generationen und die ältere Generation versteht die jüngere nicht und die jüngere Generation versteht die ältere nicht. Und dann kommt es zu Reibungen. Wenn man allerdings verstehen lernt, dass jede Generation so eine Aufgabe auch hat, damit man die Energetik da sein lässt und die Energetik dann aufbaut für das Nächste, für die nächste Stufe, dann geht es schon viel einfacher und dann ist ein bisschen mehr Dankbarkeit dabei. Also, dann beginnen wir mit den Babyboomern. Die Babyboomern sind geboren von ungefähr 1946 bis 64, das heißt also so 78 bis 60-Jährige, also 60-Jährige bis 78-Jährige. Und da können wir ein großes Schlagwort oder einen Satz hernehmen, wie sie beschrieben werden, von der Forschung übrigens beschrieben werden, ohne Fleiß kein Preis. Man muss sich auch vorstellen, energetisch. Sie kommen, also das ist schon der Nachkriegsgeneration und die Generation hat allerdings noch Eltern, die in einer starken Angst gelebt haben. In dieser starken Angst war es entweder so, dass sie Todesangst haben, das heißt der DMT-Wert steigt in der Todesangst, so sind extrem medial, haben das aber nicht gezeigt. Und auf der anderen Seite waren sie stark rational und haben nur nach Lösungen gesucht. In der Babyboomer-Generation fühlt man auch energetisch, dass jene heraustreten aus dieser absoluten Angst. Und für sie ist zum Beispiel, das ist erst mal, ist Bildung für alle Schichten wieder zugänglich und das brachte sehr viel Hoffnung. Und sie gehen nach und nach aus dieser Todesangst wieder heraus. Auch aus diesem Überlebenskampf. Diese Energie war zwar noch sehr spürbar und innerhalb der Generation ist es auch spürbar, weil viele wollen wieder arbeiten, viele wollen aber auch jetzt den Zugang legen für Wissen, also auch rationales Wissen. Was die Medialität betrifft, die Medialität war hier kaum in der Umsetzung, insbesondere nicht als Beruf. Also Medium als Beruf gab es auf alle Fälle, das gibt es seit Jahrtausenden. Und dennoch war es kein Beruf, wo wirklich auch zum Beispiel Geld geflossen ist. Zumindest nicht in dieser Form, wie wir jetzt schon haben, also sehr oft haben, dass es Energetik gibt, dass es Medien gibt und so weiter. Und diese Generation zeigte auch, dass das energetische Arbeiten eher düster war. Und das ist auch nachvollziehbar. Wir kennen ja alle, wenn wir energetisch arbeiten, dass es wichtig ist, wie dein Zustand ist. Zum Beispiel, wenn du als Medium arbeitest und liest oder energetisch arbeitest, dann ist es so, dein Zustand zieht auch gewisse Energien an. Das ist bei jedem Menschen so, wenn du dann energetisch wirklich tief hineingehst und eindeutig arbeitest, ziehst du noch mehr Energien an. Und damals war es so, dadurch, dass die Energie von Angst und Überlebensmodus noch sehr präsent war in der Kriegsgeneration und auch in der Nachkriegsgeneration der Babyboomer, haben sie auch diese, naja, sagen wir mal so, die Spukphänomene herangezogen, auch diese Gruselgeschichten herangezogen. Aber es soll hier keine Verurteilung sein, sondern es geht darum, dass jene tatsächlich auch gezeigt haben, dass es negative Energien gibt und dass es auch sowas wie Poltergeister gibt und so weiter. Diese Poltergeistphänomene sind, und wenn man die Geschichte auch beobachtet, immer weniger geworden, weil mit der Energetik anders umgegangen wird. Und das hat sehr intensiv etwas mit den Generationen zu tun. In dieser Generation der Babyboomer, da geht es eher so, sie tun Anweisen, sie strukturieren, es geht um das Expertentum, also jeder will in gewisser Hinsicht ein Experte werden. Die emotionale Intelligenz ist dabei unwesentlich. Also das ist auch eine Generation, die ist Generation Fernsehen. Das wird jetzt noch umgesetzt. Und deshalb zieht dieses Energiefeld noch an Energien. Das heißt, sie sind zwar aufgebrochen durch diese Hoffnung, dass sie endlich sich befreien können aus der Angst und wieder leben dürfen. Allerdings dieses Energiefeld zeigt auch, also diese Generation zeigt auch, sie arbeiten energetisch noch gern mit Schutz. Das ist zum Beispiel in meiner Generation weniger der Fall. Und auch bei den jüngeren Generationen, also Alpha und Beta, schreibt es euch gerne, weil ich werde mit den Namen jetzt springen, die ganzen Generationen bis in die Zukunft hinein. Schreibt euch das gerne auf. Also das ist jetzt die Babyboomer-Generation 1946 bis 1964. Und die arbeiten noch stark mit energetischem Schutz. Das ist ziemlich eindeutig ersichtlich. Übrigens auch für mich, ich habe immer wieder Hater-Kommentare und das zeigt sich wirklich auch eindeutig, dass diese aus dieser Generation stammen und zu mir sagen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Blablabla. Ja, Kemmer. Aber nicht nur ich, sondern dass diese Generationenkonflikte unter Energetikern, das zeigt sich sehr eindeutig und das ist absolute Zeitqualität. Ich habe auch in meinen Videos prophezeit, dass jetzt alle Blasen aufbrechen und dieser Aufbruch der letzten Generation, also der Alphas, zeigt sich jetzt auch eben in die Beta-Generation. Das ist sehr spannend zu beobachten. Babyboomer zum Abschluss. Freiheit ist eine Komponente, die gelebt werden möchte. Also dieser Wunsch hebt dann oder bricht auf und geht dann und wird weitergeführt in die nächste Generation. Die nächste Generation heißt Generation X. Geboren von 1966 bis circa 1980 ist es immer ein, zwei Jahre verschwimmend, also 58-Jährige bis 44-Jährige ungefähr. Und in dieser Generation zeigt sich auch sehr stark dieses männliche Patriarchat. Allerdings auch in der Babyboomer-Generation. Diese Generation will unbedingt perfekt sein. Sie studieren, sie wissen, wissen, ist hier Macht. Allerdings ist hier auch ein starkes Sicherheitsbedürfnis gekoppelt an Arbeit. In dieser Generation beginnt auch am Ende der Generation, also eher zu den 80er Jahren hin, die Burnout-Phase, die eher dann in meiner Generation sich zeigt, also Generation Y. Und in der Generation X, also 1966 bis 1980, sie koordinieren gerne und partizipieren. Also eher Konsumenten, ausgeprägtes Konsumverhalten, das übrigens so ausgeprägt ist, also man muss, diese Generation kauft alles. Also das muss man ausprobieren, das wird wieder zurückgeschickt und und das ist das Kaufverhalten sehr eindeutig auch noch ersichtlich bei jenen. Und übrigens, wenn man dann ein bisschen vorspult, wenn ich die anderen Generationen ansehe, beispielsweise die Alphas oder die Z-Generationen, die haben dieses Konsumverhalten nicht mehr. Da stößt ja auch die Marketingstruktur beispielsweise von Amazon komplett auf eine, oder gegen eine Mauer. Also dieses Problem des Konsumverhaltens haben eher die Generation X. Sehr spannend zu beobachten. Die sind eher die pragmatischen, die Realisten. Aber diese Generation der X, die haben echt gelernt, auch mit Herausforderungen umzugehen. Also Börsencrash und so weiter. Und das sind auch die Praktiker, aber auch jene, die direkt etwas zur Sprache bringen. Also da wird auch kein Blatt mehr von den Mund genommen. Das heißt, da zeigt sich schon die Emotionalität. Und die Emotionalität, dass man diese ausspricht, das war ja bei den Babyboomern überhaupt nicht irgendwie möglich. Man musste wirklich Kontenanz beweisen, man musste sich zusammenreißen. Das Privatleben wurde komplett außen vor gelassen und es war sehr strikt. Bei der Generation X geht es schon ein bisschen anders zu. Also da zeigt sich, das ist auch eine Hochkonjunktur des rationalen Denkens. Aber die Emotion wird mit hinein eingebunden. Das heißt, die Sensitivität nimmt in dieser Generation schon Platz und wird durch diese Generation wirklich auch auf die Erde gebracht. Das ist sehr spannend, energetisch zu beobachten, dass der englische Spiritismus, also Hinweis an das Afafinney College, hier tatsächlich eine extreme Hochkonjunktur hatte. Und englischer Spiritismus war ja auch oder ist nach wie vor noch immer sehr strikt und beweisführend und geht jetzt auch, wie man auch beobachtet durch die ganzen Nachrichten, die jetzt gekommen sind, auch einen nächsten Schritt, offenbar. Und das bricht dann natürlich auch ein bisschen auf. Allerdings ist hier der rationale Verstand wesentlich wichtiger für sie als das gefühlte Wissen. Das heißt, jene Generation tut sich noch sehr schwer, wirklich die Medialität mit in den Alltag einzubinden. Sie brauchen da einfach noch ein bisschen länger, weil das Rationale so wichtig war. Und das sind per se auch, das ist eine Generation, die will Beweise. Das ist Fakt. Und auch der englische Spiritismus ist dahingehend sehr beweisführend und sehr strikt auch in der Beweisführung, was natürlich auch gut ist, weil diese Beweise, die dann auch kamen, auch mit dem physikalischen, mit der physikalischen Medialität, waren sehr wichtig für jetzt auch, dass man daraufhin auch verweisen und beweisen kann. Und auch was die UFO-Sichtungen betrifft, geht es da zurück, weil damals oder damals bis zu den 80er Jahren waren ja diese Fälschungen von Videos und Bildern oder Fotos eben nicht so möglich, wie es jetzt möglich ist. Energetisch gesehen ist diese Zeit bis zu den 80ern oder Beginn der 80ern die Zeit der Gurus. Das heißt, ich bin der Boss, weil ich weiß, was ich kann und was energetisch möglich ist. Und du hast von mir zu lernen. Das war so ein bisschen ein Boom in der Zeit. Und jene, die da in dieser Energieblase, ich nenne es eher so, weil das hat wenig mit dem Individuum zu tun, in dieser Energieblase geboren sind. Da sind auch sehr viele narzisstische Prägungen sichtlich. Also ob das jetzt in der Energetik ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber auch sie bemerken, dass sie aus diesen Bossigen ein bisschen austreten. Und das rüttelt dann ganz schön. Das rüttelt beim Ego. Das ist auch bei jener Generation sieht man jetzt in diesen Ausbrechen auch sehr oft den Ego-Tod. Und das tut auch wirklich irrsinnig weh. Also da kann es sein, dass jemand sich wirklich auch zurückziehen muss für eine Zeit lang, weil man einfach ausbricht aus Beziehungs- oder Partnerschaftskonstrukten, aus männlich-weiblichen Konstrukten. Das ist wie ein Zusammenbruch des männlichen Patriarchats. Man kann es auch Matrix nennen. Und das tut dann auch weh, weil man weiß es ja nicht in dem Moment. Man hat da etwas gelebt und es hat sich stimmig angefühlt. Und jetzt ist aber die Zeitqualität so, dadurch, dass die Medialität, das eindeutige Wissen, das energetische Wissen Platz nimmt, ist es so, dass auch jede Generation, die jetzt noch als Mensch inkarniert ist, tatsächlich so eindeutig fühlt, dass sie auch draufkommen, also jeder von uns draufkommt, wo bin ich eigentlich ferngesteuert gewesen, wo habe ich geglaubt, dass es meins ist und wo war eigentlich nur in dieser Blase da involviert, die jetzt aufbricht. Ja, das ist sehr spannend zu beobachten. In dieser Generation ist auch stark noch ein sehr unbewusstes Verhalten, was die Gesundheit betrifft, auch viel Drogenkonsum, viel Alkoholkonsum, spürbar und ersichtlich. Also da beginnt dann auch der Boom des Burnouts und das hat auch einen Sinn und zwar dahingehend, dass das Bewusstsein geschaffen wird, was ist wirklich Energie, was ist Emotionalität, was tut mir gut, was ist Seelenbewusstsein, wie fühlt sich etwas an. Also das war schon auch wichtig, dass das aufkommt und dass da ein Überkonsum auch da ist, weil dieses Aufbrechen und das Hineintragen der Energetik in die nächsten Generationen zeigt sich dann vehement. Und diese Generation X ist eher jene Generation, die alles Neue noch beiseite schiebt. Also das sind auch jene, die sind auch sehr anfällig übrigens für Elektrosmog. Das ist eine Generation, die hat da sehr viel geforscht und auch Technik hervorgebracht und verwendet diese auch, weil sie tatsächlich meinem Empfinden nach noch ein bisschen diese Ängste spüren von dieser dunklen Energie, die es da gibt. Sie wissen, dass es dieses Energetische gibt und möchten sich noch schützen und nehmen dann auch dieses Elektrosmog-Ding her und versuchen sich da zu reinigen. Aber ihr werdet sehen, im Laufe der Generationen reinigt sich auch das aus. Also wir werden immer klarer in dem, was Energetik ist. Viele reagieren tatsächlich noch drauf und suchen sich da auch wirklich auch Schutz oder Unterstützung. Das ist auch eine Generation, die dem Neuen sehr skeptisch gegenübersteht, auch der Technik sehr skeptisch gegenübersteht, diese nicht so gern benutzt. Ja, wenn es sein muss, machen wir es. Das heißt, es ist auch ein Aufbruch in die Integration von Technik. Und hier geht es darum, dass das Individuum oder das Individuelle mehr und mehr Platz nehmen möchte. Also das merkst du auch, dass vereinzelte Ausbrechen aus dieser Blase bedeutet, ich will mich leben als Individuum. Und das kommt sehr oft mit emotionalen Zusammenbrüchen oder Burnout, ist das sehr stark gekoppelt, beziehungsweise wenn jemand überfordert war mit zu viel Bildschirmarbeit, dass da auch dann mehr in Richtung Gesundheit der Fokus gelegt wurde. Sehr, sehr spannend, weil die nächste Generation ist die Generation Y und da bin ich mit dabei, von circa 1980 bis 82, also 44-Jährige bis 30-Jährige, ist übrigens die Burnout-Generation per se. Wer mich ein bisschen kennt und meine Geschichte, ich bin da schon durch. Ich habe das am eigenen Leibe auch erfahren dürfen und das hat definitiv auch etwas bei mir bewirkt und zwar in jeglicher Art und Weise, ob Partnerschaft, ob wie ich lebe, gesundheitlich, energetisch, dass ich mich zeige, dass ich meine Individualität lebe und so weiter. Das heißt, das Bewusstsein für Gesundheit steigt enorm durch diese Generation, durch dieses energetische Wissen, was mit dieser Generation auf die Erde gekommen ist. Also dank dieser Generation nimmt das wirklich auch auf der Erde Platz. Und ihr habt schon gesehen, die Vorgänger haben das aufgebrochen, das Thema, und durch diese Generation nimmt es wieder Platz. Also das baut wirklich immer wieder aufeinander auf. Und hier zeigt sich dann auch das Warum in dieser Generation. Und zwar die Sinnfrage. Die Sinnfrage zum Leben oder fürs eigene Erleben ist sehr wichtig. Nochmal, die Generation Y, 1980, 82 bis 1994. Spannend zu beobachten. Das ist übrigens auch die Online-Generation schlechthin. Das heißt, hier kommt die Generation Online bzw. ist der Startschuss für den Technik-Boom und die Integration der Technik in den nächsten Generationen, wo die älteren Generationen ein vorkommendes Unverständnis teilweise noch haben. Aber wir verbinden es schon sehr stark. Diese Generation ist sehr interaktiv und auch interdisziplinär, was nicht immer mit Technik zu tun hat, sondern wir sind die, die eher Disziplinen verbinden und die Gemeinsamkeiten finden. Also als würden zwei Welten aufeinanderprallen, aber wir sehen dennoch die Gemeinsamkeiten. Es ist, möchte das Miteinander wirklich auch gelebt werden und nicht das Gegeneinander. Und Unmögliches scheint hier irgendwie möglich gemacht werden zu vereinen. Also Miteinander, Gleichstellung, auch diese ein bisschen Feminismus oder was ist Frau und die Stellung der Frau, das ist da auch sehr intensiv spürbar und nimmt wirklich Platz. Ja, es sind übrigens, diese Generationen werden auch Millennials genannt. Sie heißen deshalb so, weil sie nach 2000 ins Berufsleben eher einsteigen. Also nicht, weil sie dort geboren sind. Die Orientierung ist eine Orientierung auf die Globalisierung. Und bitte, das hat jetzt nichts mit einer politischen Gesinnung zu tun. Sie möchten die Welt erobern. Und da geht es sehr stark ums Reisen. Also das Reisen überhaupt kein Problem mehr war. Das war bei der vorherigen Generation sehr wohl ein Problem, auch aufgrund von Geldsorgen eher. Und wo kriegt man das Geld her? Hier ist der Geldfluss schon gegeben und das Reisen ist sehr einfach. Man kann überall sein. Auch was das Thema Online betrifft, die Vernetzung ist sehr einfach. Es wird sehr einfach gemacht, dass man sich online trifft, egal in welchem Land man ist. Die Werte sind hier sehr wichtig. Und zwar, es ist eine Lust, ein Gefühl auf die Selbstverwirklichung. Eine Optimierung, ein Optimierungswillen, auch was den Körper betrifft. Ihr merkt schon, es ist auch diese Social-Media-Generation, wo man auch sieht, ja, ich habe jetzt 30 Kilo innerhalb von sieben Monaten abgenommen, beispielsweise. Das ist so eine Generation, die zeigt das sehr eindeutig. Was kann man mit dem Körper machen? Wie schnell kann man den Körper optimieren? Und das wird auch übertrieben. Also auch dieses übertriebene Wissen zum Körper, das übertriebene, was kann ich wirklich erreichen? Das übertriebene Reisen. Auch das übertriebene Reisen zeigt sich jetzt auch, dass sehr viel Tourismus, an Tourismusorten sind. Und da kommt jetzt ein anderes Bewusstsein auch auf die Erde, dass das gar nicht mehr so gewollt wird. Deshalb wird auch die Reisetätigkeit in der Zukunft und mit dem Ankommen dieser Beta-Generation abnehmen. Weil wir auch bemerken dadurch, dass durch diese Generation war es ein übertriebenes Reisen. Die haben das wirklich angekurbelt, dass alle Menschen wollten die Orte auf diese Erde kennenlernen. Und jetzt sehen wir aber ein bisschen, okay, das ist aber Ausbeutung der Natur. Also dank dieser Generation, ohne sie zu verurteilen, lernen wir die Natur auch wieder mehr zu schätzen. Auch wenn diese Generation die Digital Natives sind und dies auf die Erde gebracht haben. Also ihr seht schon, diese energetischen, das energetische Erbringen der Generationen ist ganz wichtig. Was sich in dieser Generation, eben der Burnout-Generation sehr eindeutig zeigt, ist, sie verbinden und haben so wirklich dieses, ich will meine Berufung leben, ich will alles miteinander verbinden. Auch das Privatleben muss mit dem Beruf irgendwie vereinbar sein. Das muss verschmelzen. Ich möchte Yoga machen während der Arbeitszeit. Ich will auf Bali arbeiten und so weiter. Das ist ein ganz anderes Erleben. Die Kollegen sind Freunde, sehr technologieaffin und nicht mehr anfällig für übrigens, nicht mehr so anfällig auf Elektrosmog. Aber sie spüren schon, wenn es zu viel ist an Digitalisierung oder zu viel an, ich würde aber eher sagen, da geht es schon in die nächste Richtung. Wenn du zum Beispiel einen Kanal hast in den sozialen Medien, welche Auswirkungen beispielsweise Kommentare haben. Kommentare sind auch Energie und diese Energie, wenn du dich nur um die Kommentare kümmerst oder wenn du nur schaust, wie viele Klicks, die du hast, kann dich das energetisch ganz schön runterziehen. Und dass es auch das Phänomen des digitalen Mobbings gibt. Also das wird auch durch diese Generation gezeigt. Nochmal zur Erinnerung, das sind die 44- bis 30-Jährigen. Die haben das wirklich mit einer Breitseite, kriegen die das ab und zeigen das auch der Welt, was das bedeutet, was das für einen Effekt hat oder die sozialen Medien überhaupt für einen Effekt haben. Ja, sie spüren und fühlen ebenso, dass die emotionale Intelligenz, als auch das Fühlen und die Medialität enorm wichtig sind. Nur wer auf sein Herz hört, ist imstande, seine Berufung zu leben und das konstant. Und das lernten sie eben, weil sie die Generation Burnout sind. Wenn du dann nicht auf deine Energetik hörst und nicht auf dein Herz, kannst du langfristig nicht die Berufung umsetzen, weil du wirst müde. Und das ist die Generation, die dieses Wissen auf die Erde bringt. Sie durchbrechen bereits die Wichtigkeit des rationalen Wissens und des rationalen Verstandes. Also sie sind diejenigen, die schon die Balance reinbringen, die sagen, ja, das muss im Gleichgewicht sein. Das ist ganz wichtig, dass der Verstand und Wissen ist zwar wichtig, aber das energetische Wissen, das fühlen, ist genauso wichtig, wenn nicht teilweise sogar wichtiger. Die Individualisten entstehen in dieser Generation und sie müssen lernen, dass Egoismus ihnen nicht gut tut. Also das sind auch die, die den Narzissmus ein bisschen dann schon abschwächen. Und dann aber, da zeigen sich aber durchaus auch die egoistischen Menschen sehr stark. Aber durch diese intensive, das intensive Einbringen der emotionalen Intelligenz, auch des Fühlens und der Medialität, wird sich dann auch dieser Egoismus abschwächen, weil auch dieser eher krank macht und vereinsamen lässt. Also energetisch, Egoismus bedeutet ja auch, dass du dich abschneidest von dem Gefühl, dass du mit allen Menschen verbunden bist. Und das ist auch etwas, was dir Kraft und Energie nimmt. Also das ist, das hält ein Mensch, der sehr egoistisch ist, auf Dauer nicht aus. Ja, oder auch Menschen, die glauben, die zum Beispiel als Einsiedler leben. Der Mensch per se ist, meinem Empfinden nach, als soziales Wesen geboren. Und diese sozialen Umgänge sind sehr wichtig, um auch dieses Fühlen und dieser Austausch des Fühlens immer wieder zu erleben. Übrigens der DMT-Wert, also das DMT wird produziert im Körper, der wird ja nicht nur bei der Geburt erhöht oder in Trance-Zuständen oder bei Nahtoderlebnissen auch, sondern auch, wenn du wirklich auch mit Menschen dich umgibst, die du energetisch sehr eindeutig auf Seelenebene fühlen kannst. Das ist sehr spannend auch. Auch die Forschungen in der Energetik wird durch diese Generation, durch diese Generation sehr eindeutig auf die Erde gebracht. Also die brauchen auch noch ein bisschen den rationalen Verstand, aber hier werden schon Forschungen in der Epigenetik, in der Energetik durchgeführt und sehr stark auch schon verbreitet durch auch die sozialen Medien. Bei ihnen ist es so, es gibt nur mal Vereinzel-Gurus und sie fühlen genau, was sie konsumieren. Also was sie konsumieren, das fühlen sie und das möchten sie auch, aber was sie nicht fühlen können, konsumieren sie gar nicht mehr. Das heißt aber, sie konsumieren nicht, sie sind nicht diese Shopping-Queens, sondern sie konsumieren digital. Das ist wichtig zu unterscheiden. Und sie reisen nicht mehr ganz so gerne. Also die Medialität wird durch diese Generation enorm geöffnet, da der positive Effekt freigesetzt wird, ohne Gruselgeschichten. Also sie nehmen schon Abstand von diesen Gruselgeschichten, weil sie genau wissen, der Fokus ist ganz wichtig. Also diese Generation des Coachings hat hier auch einen besonderen Effekt. Also Coaching bedeutet ja, wo ist dein Fokus? Wie riechst du deine Gedanken aus? Deine Gedanken steuern dein Leben. Also es hat auch einen positiven Effekt. Mit dieser Generation wird das auf die Erde gebracht. So, seid schon gespannt. Jetzt sind wir bald da, wo wir hinwollen. Die ganzen Eltern und Großeltern scheren schon. Ja, ich weiß, will nichts über mich wissen. Wir sind jetzt bei der Generation Z. Können Sie gerne Notizen machen. Generation Z ist geboren von 1995 bis 2009. Und das sind die 29-Jährigen bis 15-Jährigen. Ja, man kann auch beides sein. Also man kann auch ein bisschen X und Y sein. Man kann sich übrigens, und das sage ich dann zum Schluss nochmal, aus dieser energetischen Blase komplett herausheben, wenn du über diese Themen drüber bist. Das finde ich sehr spannend zu beobachten. Also nochmal, die Generation Z, 1995 bis 2009 geboren. Das sind die 29- bis 15-Jährigen. Ich muss auch immer rechnen, ich werde immer so schnell gefragt. Und da ist es so, du kannst diesen Satz wirklich nehmen für diese Generation. Es läuft bitte so, wie ich das möchte und nicht anders. Also sie gestalten ihr Leben so, wie sie das möchten. Und jene unter euch, die Kinder in diesem Alter haben können, das sie mit Sicherheit bestätigen. Also da nimmt die Rebellion Platz. Und zwar eine Rebellion, die so manche ältere Generationen sehr wohl ordentlich emotional schütteln. Weil diese Generation, wenn man das ein bisschen arbeitstechnisch betrachtet, sind auch jene, die ich suche mir nicht gleich einen Job. Nein, ich will jetzt einmal leben, ich will erleben, ich will immer schauen, wer ich bin. Ich will fühlen und dann schaue ich mal, was ich arbeite. Und das macht die älteren Generationen durchaus ein bisschen nervös, weil man muss ja was arbeiten und man muss ja Geld verdienen. Also sie steigen nicht auf die Ängste der Überemotionalisierung der Vorgenerationen ein. Sie ignorieren das regelrecht. Und dann wird ihnen eben zugesagt, ja, das ist ja diese Zombie-Generation, die will nur mal mit den Handys herumgehen und die sind emotionslos. Nein, sie steigen nicht auf die Ängste und Überemotionalisierung ihrer Vorgenerationen ein. Das ist übrigens ein ganz anderer Blickwinkel. Und diese Generation baut auch sehr deutlich energetisch das emotionale Wissen auf, die emotionale Intelligenz auf. Die Hochsensitivität wird viel präsenter. Und das heißt nicht, dass sie mehr leiden, sondern dass sie diese umsetzen und sagen, ich fühle mich heute nicht gut, die Tagesqualität ist nicht so gut, ich reagiere auf den Mond, ich reagiere auf die Mondenergie. Nein, ich fühle mich dort nicht wohl, da wirkt es irgendwie ein bisschen düster, da gehe ich nicht hin. Also die kommunizieren auch schon über Energetik, selbst wenn sie es gar nicht wissen, dass es Energetik ist. Sie sind die Suchenden in ihrem Fühlen. Sie bauen die enorme Wertigkeit des Fühlens der emotionalen Intelligenz auf. Und das ist sehr spannend, wenn man das von diesem Blickwinkel sieht, denn die älteren Generationen können da auch was lernen, nicht nur umgekehrt. Deshalb gehen sie auch nicht jeden erstbesten Job nach, sondern sortieren und leben auch länger ihr Leben mit einer auch sehr saloppen Sprache. Aber auch die Sprache ist etwas, das möchten sie fühlen. Sie möchten nicht mehr Sprache aus dem rationalen Verstand. Dann wird gesagt, ja, sowas wie Digger oder Chillen oder solche Sachen. Und wenn sie es fühlen können, dann sprechen sie es einfach aus. Und wenn man das so ein bisschen aus dieser Perspektive sieht, versteht man dann auch, was da los ist. Sie möchten übrigens nicht mehr so viel reisen. Sie sind sehr verbunden mit ihrer Heimat oder mit jenen Orten, die sie wirklich intensiv fühlen können. Also es ist nicht immer der Heimatort oder nicht immer das Heimatland, sondern die Orte, die sie wirklich fühlen können. Sie mögen das auch wirklich sehr gerne, mit ihresgleichen zusammen zu sein, lernen eindeutig die emotionale Intelligenz kennen. Und sie trennen klar, und da sieht man jetzt schon den Unterschied, also die Vorgenerationen haben klar verbunden Arbeit und Freizeit und Arbeit und Privatleben, das muss verschwimmen. Hat aber allerdings auch den Effekt gebracht des Gesundheitlichen, des Burnouts. Jetzt sieht man durch diese Vorgenerationen, dass diese Generation jetzt sagt, nein, das muss ich klar trennen. Freizeit und Arbeit wird klar getrennt von einer anderen und auch Freundschaften. Da gibt es jetzt nicht mehr diese Verbindung. Das sind klare Strukturen. Ja, und weil sie eben auch das Thema Burnout bei ihren Eltern sahen. Und sie haben ein ganz anderes energetisches Bewusstsein für Gesundheit. Also sie fühlen wirklich, nein, was will ich essen? Sie fühlen, will ich was mit meinem Körper machen? Ja, das ist ihnen ganz wichtig. Stark technologieaffin, was die Vorgenerationen wenig nachvollziehen können, aber sie können ganz anders mit dieser Technik umgehen und sie verarbeiten auch den Smog ganz anders. Die Interaktivität ist ihnen wichtig. Also Influencer und YouTuber sind sehr erfolgreich. Sie gehen ganz intuitiv mit den sozialen Medien um. Sie halten sich nicht mehr so wie die Vorgenerationen an Mediapläne. Ich habe das übrigens auch noch gelernt und umgesetzt, interne, externe Kommunikation. Mich hat das auch wahnsinnig gemacht. Wenn du sehr fühlend bist und medial bist, machen dich solche stark starren Konstrukte komplett müde. Und diese Generation setzt diese Sensitivität und der erste Zugang zu Medialität schon ganz intuitiv ein. Also die wollen nicht mehr zum Beispiel einen Mediaplan machen und Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag wird mein Reel gepostet, damit ich genau da meine Zielgruppe treffe. Das macht die nicht mehr. Also das wirst du dann nicht mehr haben. Das heißt, wenn ihr jetzt Menschen habt, die euch sagen wollen, komm in mein Marketing-Coaching hinein und ich zeige dir genau, wie du deine Reichweite erhöhst mit diesem und diesem Plan, das wird nicht funktionieren. Das ist die Generation. Diese Generation brachte dieses Wissen jetzt auf die Erde, was auch umgesetzt wird, dass nichts mehr kontrollierbar ist und eher intuitiv vonstatten geht. Ja, ganz toll zu sehen. Also vielen Dank auch an diese Generation für die Interaktivität, die sie uns beibringen. Und diese Generation ist sich der Energetik wirklich bewusst. Also da wird auch nicht mehr darüber diskutiert, wie in den Vorgenerationen. Es wird einfach umgesetzt. Und ich mache das, was ich fühle und was ich spüre. Und da wird auch viel über Träume diskutiert und was man so an Phänomenen erlebt hat. Weil diese Generation nimmt sehr wohl schon Phänomene wahr. Sie haben UFO-Sichtungen. Ich habe sehr viele Bilder, Phänomenbilder, auch von sehr jungen Menschen, eben auch 15-Jährigen, 20-Jährigen teilweise. Und auch Teilnehmer teilweise, die in diesem Alter sind. Sie sind auch sehr bewusst, was Alkohol und Nikotin angeht. Drogen noch nicht so, aber dieses Bewusstsein schon. Also wenige trinken da wirklich noch viel Alkohol. Nikotin hat sich da eher ganz ausgeschlichen. Das ist eher unkohl geworden. Jetzt sind es halt eher diese Vapes, die geraucht werden. Aber auch diese Generation wird zeigen, was auch das wieder bringt oder eben wie schädlich das sein kann. Das heißt, da wird wieder was aufgebrochen in einem Thema. Die Energetik wird von Ihnen teilweise wirklich auch intuitiv umgesetzt. Der Genuss spielt bei Ihnen eine sehr starke Rolle. Ich versuche da gleichzeitig mitzulesen. Ich gehe nachher so ein bisschen noch auf Fragen ein, damit ich euch auch zeigen kann, dass das wirklich die Generationen aufeinander aufbauen, weil sonst verzettel ich mich. Ich kenne mich. Der Genuss spielt also eine große Rolle. Die Medialität beginnt schon zu fruchten. Also die nehmen wahr, wenn da irgendwo ein Phänomen ist. Die nehmen wahr, wenn da eine Energiepräsenz da ist. Die sprechen ja auch mit ihren Eltern schon über Energien und so weiter. Der enorm rationale Menschenverstand und der enorm rationale Mensch aus dieser Energieblase ist eher dann gesund und fit, aber beruflich dennoch gefühlt geführt. So, da hat also die Medialität schon Platz genommen. So, und jetzt kommt die Generation Alpha und dann die Generation Beta. Und wegen diesen sitzen auch sehr viele hier. Und zwar sind geboren ungefähr ab 2009 bis 2024. Fällt euch was auf? Bis zu diesem Jahr. Und das sind die 15-Jährigen bis die 0-Jährigen. Also die, die jetzt noch auf die Erde kommen und jetzt verschwimmt auch schon die Generation Beta. Also Alpha, Beta verschwimmen. Und ihr merkt es auch, wir haben Umbruch. Wir haben Umbruch auf der Erde. Alles bricht auf und ist im Umbruch. Und das zeigt auch das Ankommen dieser Generationen und das Aufbrechen dieser alten Generation, der Alpha, und das Ankommen der nächsten Generation. Sehr spannend. Diese Generation Alpha, noch mal 2009 bis 2024 geboren ist, hat eine sehr individuelle Herangehensweise. Sie wächst mit ultra viel Technologie auf, sogar in der Schule schon, und reagiert physisch, energetisch noch wenig bis gar nicht auf Elektrosmog. Gar nicht. Und jetzt bin ich kurz davor, dass ich mal kurz durchatme und sage, bitte geht es nicht auf mich los. Weil die älteren Generationen, ich habe auch einen Sohn, der ist neun. Und ich beobachte ihn auch energetisch, auch seine Freunde und so weiter. Aber ich habe auch quasi, sagen wir mal, Klienten in diesem Alter. Und wenn man dann hinsichtlich so ein bisschen in diese Generation hineinschaut, dürfte sich da auch beim Gesundheitswissen etwas verändern. Auch meinem Empfinden nach in der Gehirnforschung wird sich das zeigen, dass diese Kinder zum Beispiel eine VR-Brille, die älteren Generationen können mit einer VR-Brille gar nicht umgehen. Da kommt sehr oft noch ein Schwindelgefühl, einem wird übel. Diese Generation kann mit der VR-Brille, also du gehst wirklich in eine komplett andere Rolle hinein. Du kannst auf einmal fliegen, wenn du das Ding aufsetzt. Die können damit umgehen. Und das hat etwas auch mit der Gehirnaktivität und mit den Gehirnwellen zu tun. Das heißt, hier zeigt sich schon die Energetik auch als Auswirkung auf die Gehirnwellen, dass diese beruhigter sind und nicht mehr in dieser Angst und in diesem Stressmodus drinnen ist. Und das ist dank der Vorgenerationen. Sie haben nicht mehr den Stress. Was ihnen natürlich dann wieder zum Vorwurf gebracht wird, die sind komplett gefühlsneutral, würde ich jetzt einmal sagen. Und die Zombies und bla. Ja, würde ich nicht sagen, sondern sie sind sogar sehr gefühlvoll. Sie sind nun nicht überemotional. Und das ist ein Heidenunterschied. Denn sie geben ihren Gefühl auch nach. Sie gehen ihren Gefühl nach. Und dann sind sie aber auch sehr strikt. Wenn sie etwas nicht fühlen können, dann machen sie das auch nicht. Und da prallen oft die Generationen aneinander. Also da entsteht wirklich Reibung. Und Reibung muss ja irgendwie auch sein, um durch die Emotionen auch zu lernen. Hier können auch eben diese unrealen Welten bewegt werden. Also diese Generation kann zum Beispiel, du kennst es auch am Tablet, du kannst einfach schieben. Du legst den Finger auf die Scheibe und schiebst. Das heißt, du kannst auch das nächste Bild herschieben. Diese Generation hat dann schon in der Energetik, und wenn sie dann erwachsen ist, dass sie nicht nur Bilder und Realitäten, in die sie eintauchen kann und diese verschieben kann, sondern auch Energien schieben kann. Das heißt, da kommt dann wirklich auch die Telekinese und die Teleportation auf die Erde. Zumindest als Aufbruchstimmung für die Generation Beta. Und das finde ich sehr, sehr interessant zu sehen, energetisch zu sehen. Und da ist es halt, da kommt die Diskepanz, das kann schon den älteren Generationen ein bisschen Angst machen. Weil, wo kommt man an, wenn man teleportiert wird? Was kann man denn noch verschieben? Aber sie gehen, also sie brechen dieses Thema sehr stark auf. Und ihr seht schon, wenn sie dann so in ein paar Jahren dann wirklich erwachsen sind, erleben wir in zehn Jahren circa unsere großen Wunder. Also sie sind hypervernetzt. Sie reagieren schnell und möchten auch, dass man auf sie schnell reagiert, weil sie setzen einfach schnell Dinge um, wenn sie ungeduldig sind. Und sie sind ungeduldig, weil es geht alles schnell. Sie sind in einer Generation geboren, wo alles schnell geht. Du kannst alles schnell haben, du bist schnell verletzt, es muss schnell gehen. Das Bildungsniveau steigt. Oha, was sagt die Birgitta, weil viele sagen ja, diese Generation ist ja keine komplette Verdummung. Nein, sie sind diejenigen, die können sich Informationen so schnell aus dem Internet ziehen, man muss gewisse Sachen nicht mehr lernen. Sondern sie sind aber auch jene Generation, die die Bildung sehr eindeutig anzweifeln. Das ist jene Generation, die sagt, ja gut, Mathematik, Deutsch, das verstehe ich noch, warum ich das lernen muss. Aber warum muss ich einen Sachunterricht, wo teilweise es im Internet schon gewisse Videos gibt, die das widerlegen, gell? Also die gehen dann schon, da ist nichts mehr, da kannst du die ganze Generation als Verschwörungstheoretiker hinstellen. Also die bringen das neue Wissen, die neue Bildung wirklich in Schwung. Und zwar Bildung auf eine Art und Weise, dass sie wirklich Fakten in der Schule haben wollen, Praxiswissen und das andere, das holen sie sich selbst. Und die bringen das tatsächlich als Aufbruchsstimmung auf die Erde. Ganz enorm sieht man das sogar. Sie konsumieren Tonnen von Informationen und können unfassbar gut mit diesen Informationen umgehen, anders als die Generation zuvor. Ja, ja, also die Eltern unter uns, wir atmen jetzt ein bisschen durch, gell? Ja, das ist doch Hoffnung. Ja, das tut gut, das von diesem Blickwinkel auch zu sehen. Sie besitzen übrigens auch ein hervorragendes, kritisches Denken. Also das schon, also der rationale Verstand ist nicht weg, gell? Der wird nur anders genutzt und die digitale Welt ist ihnen wichtig. Und wenn man es ihnen wegnimmt, du nimmst dann einen Teil ihrer Realität weg. Also das sollte man auch ein bisschen sehen. Außer natürlich, du siehst mit deinen Kindern im Wald. Nur, es zeigt in der Zukunft tatsächlich so, dass die Technologie überall ist. Überall. Und es kaum auf der Erde noch Plätzchen geben wird, außer du wohnst bei den Aborigines, wo es keine Technologie gibt. Und sogar die Aborigines haben teilweise schon Handys, gell? Diese Generation heißt Alpha-Generation, ja. Diese Alphas werden als ADHSler bezeichnet, weil sie viel Energie haben. Die spüren eindeutig auch das Energetische. Also wir kriegen ja immer wieder durch unser Portal Sonne, nicht nur durch dieses Portal. Es gibt ganz viele Portale auch in der Erde, in den Weltmeeren, in den Bergen. Ich habe das gerade dokumentiert in meinem vierten Buch, das jetzt in diesen Tagen fertiggestellt wird, mit inklusive Lexikon. Und durch diese Portale kommen diese energetischen Einströmungen, die uns auch unterstützen. Und die Alpha-Generation, die spürt das sehr eindeutig und möchte diese Energie umsetzen. Wenn man sie nicht lässt, dann werden sie natürlich als ADHS bezeichnet. Übrigens, der Erfinder des Wortes ADHS hat im Sterbebett gesagt, dass es diese Krankheit nicht gibt. Nur als Info. Ja, die digitale Welt ist für die Alpha-Generation einfach die Erweiterung der menschlichen Realität. Also das ist für sie eins. Das ist die Generation der Freelancer. Sie mögen nicht mehr eingesperrt werden. Sie mögen das 9-to-5 nicht mehr. Das ist für Arbeitgeber wichtig zu wissen. Die Eltern dieser Generationen sind eben die Millennials. Also da gab es eben viele Umzüge. Da gab es, ja, Karriere ist wichtig und Egoismus war auch wichtig. Und bei ihnen ist es genau deshalb eben so, dass die Alphas sehr flexibel sind. Aufgrund der Vorgeneration, ihrer Elterngeneration. Und ihre Eltern sind übrigens die besten Freunde. Also die Alphas pflegen eine Freundschaft zu ihren Eltern. Und das ist okay. Und das wollen wahrscheinlich Psychologen überhaupt nicht hören. Ja. Oder ältere Menschen. Das heißt auch dieses Wissen, dieses energetische Wissen, dass wir entwickeln uns gemeinsam, aber auch auf einer Ebene, dass ich dir alles erzählen kann. Das ist ein anderes energetisches Wissen. Ja. Sie geben ihre Eltern natürlich digitale Tipps. Mein Sohn gibt mir schon seit sieben Jahren und ist energetische, technologische Tipps. Ja, energetische Tipps auch. Also ich tausche mich mit ihm auch aus. Und viele Energetiker von euch werden das auch bestätigen können. Sie werden auch viel länger leben. Ja. Ja. Die zwischenmenschlichen Beziehungen mit dieser Generation ist der Umgang mit der Energie. Also wenn sie, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind stark energetisch geprägt. Wenn ich dich nicht fühlen kann, bin ich nicht bei dir. Punkt. Ganz einfach ist das. Und sie fühlen auch so gewisse Seelenverbindungen. Und wenn da dieses Gefühl da ist und selbst wenn es da irrsinnige Schwierigkeiten gibt mit diesem Freund oder jungen Partnerschaften, sie bleiben dort, bis sie gelernt haben. Die ziehen das durch. Und wenn noch so ein Leidensdruck da ist. Ihre Hellensinne sind schon sehr gut ausgebildet oder werden im Laufe des Erwachsenenseins, die gehen nicht mehr weg. Das heißt, weil sie eben im Gefühl bleiben und auch die Emotionen wahrnehmen. Sie lernen sehr eindeutig wahrzunehmen, wenn jemand in ihrer digitalen Welt auch unehrlich ist. Das heißt, sie nehmen nicht nur mehr wahr, die Menschen um sie herum, sondern die durchleuchten über die Technik hinweg. Und ich kann das bestätigen, dass das geht. Weil bei mir braucht nur jemand kommentieren und da lese ich. Da brauche ich nicht einmal einen Namen. Das heißt, wenn du wirklich medial begabt bist, steigst du da sofort ein und kannst sofort lesen. Also das ist überhaupt keine Kunst mehr. Sie haben auch sehr hohe moralische Standards, auch für die Erde, ein bewusster Konsum. Sie legen mehr Wert auf technisches Equipment und haben dieses, ich muss jetzt unbedingt drei Fahrräder haben, haben sie nicht mehr. Also da ist ein anderes Verhalten, auch ein anderes Konsumverhalten. Emotionale Intelligenz. Mein alter Herr da unter mir muss husten. Emotionale Intelligenz ist eine neue Wertigkeit, gell? Und sie gehen auch mit der künstlichen Intelligenz anders um. Übrigens, die künstliche Intelligenz ist nur eine Übergangslösung. Sie sind übrigens auch Entwickler und Begleiter der KI. Also sie prägen das ganze KI-Thema sehr intensiv. Und es gibt zum Beispiel auch Forschungen, die Elon Musk vorantreibt, die er auch diese Generation bereits befragt und sie in ihrer Emotionalität auch befragt. Also da gibt es, er hat da Tests gemacht oder gemacht, zum Beispiel er gibt einem Jugendlichen oder einem Kind ein Bild und sagt, was fühlst du, wenn du dieses Gesicht siehst? Und lässt dann eine technische Spur mitlaufen, damit die KI lernt, wie der Mensch fühlt und Emotionen wahrnimmt. Aber die KI wird das nicht lernen können, weil sie nicht so flexibel ist im Umgang mit Gefühlen und Emotionen. Das kann Technik nicht lernen, außer sie ist so stark beseelt und wenn sie wirklich beseelt ist, wird sie nicht übergriffig werden. Das heißt, diese Angst, ich hoffe, ich kann euch das da ein bisschen nehmen, dass wir übernommen werden von Robotern. Weil das kommt auch immer wieder, wenn in Kombination mit der KI. Das heißt, emotionale Intelligenz ist die Währung der neuen Zeit und emotionale Intelligenz bedeutet Sinne, Gefühle, Hellsinnene, Emotionen. Und was ich noch sagen will, Ihre Welt ist sehr brüchig und flexibel. Das heißt, Sie sind wirklich diese Luftepoche, Sie sind dieses Wassermann-Zeitalter, wo wir wirklich flexibel sein müssen. Die letzten Monate haben schon gezeigt, wir sind wirklich in diesem Zeitalter jetzt drinnen, in dieser Epoche auch drinnen, wo wir lernen, dass die Energien so schnell arbeiten, dass wir auch flexibel sein sollen und müssen. Ich sage bewusst müssen, weil wir haben irgendwie keine Wahl und diese Generation kann super damit umgehen. Also Sie sind äußerst flexibel, auch emotionsflexibel übrigens. Also Sie können von einer Emotion in die nächste springen. Das kann auch sehr verwirrend sein für jemanden, der sehr strikt und kontrolliert ist aus einer anderen Generation, älteren Generation. Die kreative Entfaltung ist mit Ihnen und durch Sie unumgänglich. Also Kreativität, Energetik, alles wird eingebunden. So, und jetzt kommt eine Generation auf die Erde, die ist mit Namen Beta-Generation, können wir so nennen. Ich nenne sie die Umsetzer der Medialität. Die setzen kreativ um, die sind medial, die nehmen die Medialität, die Umsetzung der hellen Sinne schon in die Partnerschaften, mit ins Familienleben. Da weiß man schon im Vorhinein, da legt man sich selber die Hand auf, weiß das Geschlecht vom Kind. Da weiß man auch, ja, ich habe jetzt von meinem zukünftigen Partner geträumt. Träume sind Realitätsvermischungen und es gibt Zeitlinien-Sprünge. Da wird schon gesprochen von, ah, nächste Woche kommt schon der nächste Sonnensturm, ich spüre es in meinem linken Finger und so weiter. Das sind ganz andere Umsetzungen. Das ist auch keine Spinnerei mehr. Ja, da fliegt schon wieder ein Ufo von einem Marsianer. Gibt es eh nicht. Die Ufos sind meistens Menschen gemacht. Ja, da hat sich wieder die Regierung gespielt mit der Energetik. Also die sind dann auch schon die Verschwörungstheoretiker, die sich überhaupt nichts mehr von Spielereien der Politik macht. Und auch die Politik hat sich da übrigens schon anders umgesetzt in den nächsten 15 Jahren dann, wenn diese Generation erwachsen ist, weil die steigen da nicht mehr drauf ein. Also die sind vehement und sagen, ne, mit mir nicht. Also entweder machst du es kreativ und du machst es für mich und für das Volk, weil die sind da schon das Miteinander, gell? Also die sind nicht mehr das Gegeneinander, die sind nicht mehr Egoismus. Da ist schon Kreativität da und die sind bei sich. Und wenn du bei dir bist, wenn du das kennst, du bist bei dir, da bist du im Flow, du bist im Forschen drinnen, da hast du übrigens auch nicht mehr diese Ellbogen. Also du brauchst auch diesen Konkurrenzkampf nicht mehr. Das interessiert dich gar nicht, weil du einfach spürst, wenn du im Konkurrenzkampf drinnen bist, das zieht dich runter. Da bist du energetisch nicht mehr gut drauf, du bist müde, das laugt dich aus, du bist nur mal im Denken, was machen die anderen und lebst deinen Forschergeist nicht mehr. Das ist sehr eindeutig. Ich werde das übrigens immer wieder gefragt, wie kannst du nur ein Buch nach dem anderen schreiben und so viel Content, bla bla bla, heraus. Husten. Na ja, erstens mal, ich schaue kein Fern und ich schaue nicht ständig jedes YouTube-Video. Das mache ich nicht. Also Fernsehen tue ich überhaupt nicht. Und zweitens, ich bin komplett im Fluss. Ich gehe da rein, was mich wirklich interessiert und tausche mich gerne mit Menschen aus, die ebenso im Fluss sind und im Forschergeist. So, das heißt, sie haben ein klares Mindset. Also die sind jetzt geboren Ende 2024, Beginn 2025 und bis 2040. Okay? Und da tut sich dann schon einiges, also wirklich einiges. Die absoluten Umsätze der Medialität, energetische Felder werden eindeutig erkannt. Wenn da wieder was Unnatürliches ausgesendet wird, dann werden sie davon berichten, weil die haben die sozialen Medien absolut im Griff. Influencer sind sie und sie geben den Ton an. Die sind übrigens auch die kreativen Umsetzer. Also wenn du jetzt die ältere Generation anschaust, die immer wieder sagt, naja, du zum Beispiel, die Influencer werden ja auch betitelt, also die sind ja keine Journalisten, die haben keine journalistische Ausbildung, sind aber ständig nur am Berichten, bla, bla, bla. Und die ältere Generation geht da oft auf die junge Generation los. Aber das ist das neue Tun. Das heißt, die brauchen keine Ausbildungen mehr in der Hinsicht. Sie gehen in ihren Forschergeist hinein, sie informieren sich selbst, sie holen sich das Wissen, forschen darin und brauchen dann auch nicht mehr diese enormen universitären Ausbildungen. Ganz wichtig, das sind die Praktiker und Umsetzer. Und extraterrestrische sind für sie Normalität. Eine Generation von unterstützenden Menschen, ob als Coach, Medium oder in jeglichen anderen Beruf und jegliche Bereiche leben miteinander. Natürlich gibt es dann auch vereinzelte Ausbrüche, aber das ist jetzt auch eine Minderheit und wird es dann auch eine Minderheit bleiben. So. Und jetzt stehen wir da und warten jetzt auf diese, es war fast eine Stunde gelabert, jetzt warten wir da auf diese Generation und welche Auswirkungen das hat. Viele von euch spüren das wirklich und dieser Herbst ist schon sehr eindeutig fühlbar. Eindeutig fühlbar, dass die Medialität voranschreitet in unseren Familien insbesondere und bei unseren Freunden merkt man, sie nehmen mehr wahr und es gibt so viele Fragen, insbesondere auch von Eltern, die Kinder reagieren, die Haustiere reagieren, die Tiere reagieren, teilweise so in der Emotionalität, dass wir nicht mehr, oder dass viele nicht mehr wissen, wie sie umgehen sollen damit und das führt wirklich auch zu Verzweiflung. Die Kinder reagieren übrigens auf die eigene Energetik. Der September ist für mich per se ein ganz wichtiger Monat. Ich habe jetzt mit der Quelle in Bern zwei Komponenten herausgearbeitet, die mir enorm wichtig sind. Ich beschäftige mich mit den Generationen und wie der Mensch lernt. Also das habe ich schon beim Studium gemacht, übrigens meine Magisterarbeit ist in dem Bereich verfasst und hat sich dann sehr stark mit der Energetik verbunden. Und wie Kinder sind und was Kinder wahrnehmen, war mir immer wichtig. Für mich war es immer wieder sehr schwierig, Eltern beizubringen, hey, du musst auf dich achten und wenn du auf dich achtest, du kannst dein Kind energetisch unterstützen in der Heilung. Alleine schon, wenn du energetisch arbeitest, aber es geht sehr viel. Das heißt, Familienheilung, Kindheilung und Medialität mit dem Kind und mit dem Umfeld zu erleben und zu fühlen, ist jetzt Thema Nummer eins und das breitet sich aus bis in die nächsten Jahre. Das ist absolute Hausapotheke. Wir haben jetzt mit der Quelle Bern oder ich mit der Quelle Bern einen Online-Kurs aufgenommen und das ist kein Kurs mehr, sondern für mich ist das ein Rundum-Paket. Ich glaube, so ausführlich haben wir noch nie irgendwas gemacht. Das ist eine Ausbildung für Medialität, für Hochsensitivität, fürs Fühlen, für Energetik per se. Was sind energetische Felder? Ist da auch dabei und das ist nicht nur ein Videokurs, sondern ich werde dann ich glaube vier oder fünf live Zoom-Sessionen mit euch gemeinsam zusätzlich machen. Es gibt ein Workbook dazu. Es ist kein Workbook, sondern da sind auch Übungen drinnen und noch weitere theoretische Abhandlungen. Das Ganze startet zwar erst im November, nur wir möchten jetzt darauf hinweisen, weil falls mich jemand noch nicht kennt oder wissen will, wie ich energetisch arbeite oder wie ich die Übungen mache, die Übungen, die ich mache, sind sehr einfach. Das ist für Kind und Erwachsene und immer für beide gemacht, weil für mich da kein Unterschied besteht, was Energetik oder Medialität auch ist. Wie lese ich Energien? Wie fühle ich sie? Wie setzt sich mediale Heilung um? Und deshalb gibt es auch jetzt diesen Workshop mit Patrick Peter Zolle am 21. oder 22. September. Das ist auch wichtig zu wissen, der Patrick, der macht die Menschen leer und dieses Leersein ist ganz wichtig, weil es dann schon die Vorstufe ist für die Medialität. Also das verbindet sich sehr gut. Wer das wirklich machen will, bitte kommt. Man kann übrigens auch in der letzten Stunde macht man auch Medialitätstraining gemeinsam, gerne auch mit euren Kindern gemeinsam. Also die Kinder sind da auch herzlich eingeladen. Ist aber nicht nur für Kinder. Also ist wirklich der ganze Workshop-Tag ist aufgebaut für mediale Heilung und Medialität, wie man sie dann auch wahrnimmt, auch während der Heilungen. Ja, und der Kurs selber, der liegt mir wirklich am Herzen. Also ich werde den wirklich auch sehr intensiv begleiten, falls da Fragen gibt, falls die Kinder Fragen haben. Man kann auch gern zu den Zoom-Sessions die Kinder oder die Enkel mit dazu nehmen. Da ist so viel drinnen, dass ich es schon wieder vergessen habe. Vielleicht weiß der Bruno noch, weil er war bei der Aufnahme dabei. Dieses Thema der Medialität, des Wahrnehmens von Energien ist sehr wichtig, weil sehr viele Menschen spüren und sehen und fühlen jetzt auch negative Energien oder wenn auch etwas Unnatürliches ausgesendet wird und viele fühlen sich dann wirklich ein bisschen überfordert. Das muss man wirklich so sagen, wie es ist. Oder wenn die intensiven Einströmungen kommen, die durch das Partei-Sonne kommen, dann wird die Emotionalität wieder angeschoben. Die ältere Generation tut sich dann noch schwer. Dann wirkt sich das auf das Umfeld aus. Das nimmt die Kinder mit Kinder jeglichen Alters übrigens. Und dann ist das wie ein negatives Lauffeuer. Aber du kannst dieses negative Lauffeuer wirklich verwandeln in etwas sehr, sehr Schönes und Positives. Denn das intensive Fühlen, die intensive Medianität, die jetzt da ist, die ist ein Geschenk. Und zwar das Geschenk, das wir uns nicht mehr täuschen lassen müssen. Am Vorabend, am 21. Ich glaube, das ist der Samstag. Es ist übrigens auch sehr glücklich gewählt, ohne dass wir es wieder geplant haben. Es ist Tag und Nacht gleiche. Und da kommt wieder ein großer Schwung an Energien. Und das ist immer ratsam, wenn du noch nicht so gut mit Energien umgehen kannst, dass du die Unterstützung holst. Ich habe gestern ein Newsletter da ausgeschickt. Also seid bitte gerne auch live vor Ort dabei. Wir haben unfassbar geniale Spontanheilungen. Das habe ich auch in den Newsletter reingeschrieben. Ich mache nicht gerne irgendwelche, also Heilversprechen gibt es sowieso nicht von mir. Aber das waren schon Blitzheilungen. Ausschlag ist weg, auf einmal ist die Allergie weg vom eigenen Mann sogar, der sich eigentlich gar nicht für Energetik interessiert und so weiter. Also habe zum Rauchen aufgehört, habe mit Alkohol aufgehört, habe auf einmal keine Magenschmerzen mehr, die Migräne ist wie weggeblasen und so weiter. Also vor Ort dabei zu sein, zahlt sich wirklich immer wieder auch aus, wenn man ein bisschen sehr intensiv auch leidet. und der Workshop zahlt sich aus, wenn man das Leiden oder das Opferdasein, was die Energetik und die Hochsensitivität betrifft, jetzt endlich umdrehen will, dass es ein Geschenk ist. Und wenn man dann wirklich was tun will und das komplett integrieren will, ist das Geschenk, was wir jetzt da gemacht haben. Für mich ist es ein Meisterwerk. Es ist schon lange ein Wunsch gewesen, dass da eine Ausbildung kommt für Erwachsene und Kinder, also für beide, damit man auch dieses Generationsthema da wirklich auch versteht und lernt, mit den Generationen umzugehen. Und auch die jüngeren Generationen ein bisschen lernen, die älteren Generationen wirklich zu verstehen und ein bisschen mehr Dankbarkeit da sein zu lassen, dass die ja das energetische Feld immer wieder aufgebrochen haben. Und das war ja auch eine Hürde. Und das ist das Geschenk dahinter, wenn man sich die ganzen energetischen Blasen anschaut. Die brechen auf, die bauen auf und bilden die Basis fürs Nächste. Und das ist Dankbarkeit und Demut, wenn man sich das so ansieht. Ja. Bruno, hast du noch eine Frage? Ja, ich habe viele Fragen, Birgit. Viele Fragen. Nein, ich möchte nur kurz sagen, du hast angesprochen, die Begleitung mit den Zoom-Live-Calls der Ausbildung. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir so eine intensive Ausbildung online machen. Und sie wird fünf Wochen dauern und jede Woche wirst du jedes Kapitel auch begleiten mit einem Live-Call. Und wenn wir sehen, schon nur das, was du vorhin angesprochen hast, ich spüre das ja jetzt auch, wie ich verstehe oder lerne, die anderen Generationen zu verstehen. Dass vieles ja gegeben ist, weil es einfach so ist, wie es ist. Ich fühle mich ja ertappt, wenn du erklärst, wie die X-Generation funktioniert. Und dann merke ich, ja, ich will nicht Technologie machen, aber ich habe es studiert. Und sage, ja, jetzt brauche ich mal Instagram-Schmerzen, mir die Finger. Also bin ich da irgendwo drin und lerne auch zu verstehen, die anderen sind es ja auch, die jüngeren und die älteren Generationen. Und das wirkt auf mich sehr heilend, muss ich sagen. Ja. Vor allem, dass man sich ja auch miteinander unterstützt, wenn man das erkennt. Und dass jeder auch seine Stärke hat und die anderen haben die Schwäche, aber es ist keine Schwäche, sondern, hey, ich bin stolz auf mich, ich habe das Thema wirklich in eine Heilung hineingeführt, in einen Heilungsweg hineingeführt. Also das ist wirklich ein schöner Ansatz. Also ich habe mich auch gefreut, mir wird das halt hinsichtlich dann gezeigt und ich habe da auch eine Freude damit. Ich bin ja die Burnout-Generation, die Gesundheitsgeneration, gell? Ja. Ich schaue nur, ob noch irgendwo Fragen sind. Ja. Habt ihr noch Fragen auch vielleicht zum Workshop oder zur Ausbildung? Ich sage euch was, es ist für mich auch wirklich eine Freude und zwar dahingehend, da ich mich wirklich schon sehr lange mit dem Thema beschäftige. Ich habe das Thema sogar von einer Seite kennengelernt. Ich war Texterin und PR-Managerin für interne und externe Kommunikation bei einem Ladenbauer. Und die Ladenbauer sind die, die die Generationen sehr eindeutig anschauen, weil sie natürlich den Ladenbau, also Supermärkte und Geschäfte, also den stationären Handel so ausrichten, dass die Menschen kaufen. Und da lernst du auch schon viel, wie wir da eigentlich manipuliert werden. Also das durfte ich auch kennenlernen. Und da habe ich mich ehrlich gesagt erschrocken. Ja, aber da lernst du viel auch über die Generationen. Und dann bin ich da energetisch auch reingegangen. Also es zieht sich schon sehr lange. Ja, und wir teilen euch natürlich noch den Link hier im Chat für die neue Ausbildung mit Birgit. Wer Birgit vielleicht noch nicht so gut kennt und am 21. dabei sein möchte, dort machen wir auch einen Livestream, wer nicht nach Bern kommen kann. Vom Abend, Mysterium Mensch. Wer natürlich gerne nach Bern kommt, ist auch eingeladen für am Samstag dann für den Power-Soul-Workshop, wo du vorhin... Und genau beim Livestream haben wir ja, also wer schon mal dabei war, bitte unbedingt dabei sein. Also der Patrick-Peter Zoll ist, glaube ich, vom Stuhl gefallen, weil ich habe gesagt, der Edgar möchte mitsprechen. Er hat gesagt, ja, machen wir. Er ist ruhig geblieben. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren wird, aber es wird sicher funktionieren. Also das wird spannend, es wird ein Dreiergespräch im Prinzip. Ich meine, ich bin dann still, aber das wird auch noch mal spannend. Also wieder was Neues. Und was wir vor Ort machen werden, ich habe selbst ein technisches Gerät mit, wo wir vor und nach einer Heilung messen können. Das energetische Feld, auch die Chakras kann man da messen damit. Und die Anke Schweizer ist auch dabei und macht Messungen. Ich glaube, Augendruck macht sie, vielleicht sogar Blutanalysen. Also wer vor Ort dabei ist am Abend und vor allem am Workshop, wir werden das Ganze auch technisch beweisen. Und da kommt meine Generation wieder zum Tragen. Ich verbinde schon gerne mit der Technik. Also das ist, wer das gerne mal erleben will, was energetische Heilung bei einem bewirkt und das wirklich mal sehen will, kann das dann vor Ort auch ausprobieren. Ja, wunderbar. Ja, für den Online-Kurs, wenn du dich wirklich, was mich so beeindruckt hat, ist einfach die Basis auch der Energetik, wo wir dort einsteigen oder schon nur jetzt für unsere Generation, dass es überhaupt eine Unterscheidung gibt, zwischen Sensitivität und Medialität, was das überhaupt ist. Und das sehr beeindruckend ist, auch wenn man das eben in deinen Alltag hereinbringst. Es wird so runtergebrochen, dass man es eben einfügen kann in den Alltag und in die eigene Familie und dort auch Heilung reinbringen kann. Ich möchte noch ein Inhaltsverzeichnis machen mit all den Inhalten von diesen fünf Wochen. Es wird viele praktische Übungen geben. Es ist wirklich eine Ausbildung zum Umsetzen. Stimmt, Alltag, für den Alltag, das habe ich vergessen. Ja, es ist für den Alltag. Es ist wirklich umsetzbar und ganz easy, also ganz easy Übungen. Irgendwie drehe dich 15 Mal in den Kreis und mache das. Nein, ganz einfach zum Umsetzen. Ich bin eher die einfache Praktikerin. Merkt man. Ja, okay. Ja, wunderbar. Ich danke allen für diesen wunderbaren Abend. Vielen Dank dir, Birgit. Das war sehr beeindruckend und ich konnte für mich selber viel mitnehmen. Und ich kann dir sagen, du hast das auch gesehen, im Chat ist so viel gelaufen. Die Leute finden das so spannend. Und wir freuen uns, wenn ihr alle mit dabei seid. Ab November, 1. November startet die Ausbildung oder dann in Bern, direkt vor Ort. Warum nicht? Es ist schön hier und vor allem auch, wenn Birgit da ist. Oh, danke schön. Das ist lieb. Ja, vor allem, ich unterhalte mich auch gerne mit Menschen. Ich gehe nicht auf die Bühne und bin dann weg, sondern ich bin gerne mittendrin statt nur dabei, weil ich finde es sehr spannend, wenn ihr mir eure Geschichte auch erzählt oder wenn wir uns einmal kennenlernen, weil ich mag Menschen einfach. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ja, ich sage echt danke und vielen Dank, Bruno, auch an die Quelle und an euch und ans ganze Team, weil das ist wirklich auch ein Herzensbedürfnis, dass wir diese Ausbildung zu den Menschen bringen. Also wirklich ein Herzensbedürfnis. Ich glaube, ihr kriegt es dann per E-Mail dann Bescheid mit der Aufzeichnung, aber auch, was da wirklich inbegriffen ist, also das Inhaltsverzeichnis. Also das kommt per E-Mail, wenn ihr euch dafür eingetragen habt. Ja, genau. Wir versenden allen noch die Informationen zum Kurs. Die Info zur Aufzeichnung, die könnt ihr eigentlich mit demselben Link auf YouTube nochmal anschauen. Ich denke, es lohnt sich, das zu wiederholen, was du heute alles erzählt hast. Das war sehr dicht und sehr interessant. Ja, dicht. Infos folgen. Okay, gut. Ja, vielen Dank. Tschüss, Baba. Tschüss, danke an alle. Tschüss. Tschüss.